Willkommen zurück bei Minecraft Ultra Survival. Und das leckt. Für mich nicht. Und Furz ist dabei. Alter. Ja. Ich muss ein paar Programme beenden. Ja. Wer hilft euch? Ähm, Sargent Gameplay? What? Ähm. Kannste mal, oder? Egal. Egal. So. So. Yeah. Es leigt nicht mehr so. 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 Sorry. So. ェlikxy. So. So. Und. So. Ja, ich weiß, dass es dein Grundstück ist, aber... Aber? Ich wollte nur mal drauf gehen. Habe ich dir das erlaubt? Glaub schon. Dann halt. Äh... JJ oder Furz? Krass. Ich mache bei dem Dschungelbaumteil auch mit. Ja, ich mache bei dem Dschungelbaum. Ja, ich mache bei dem Dschungelbaum. Ja, ich mache bei dem Dschungelbaumteil. Das ist weg, wie verschissen. Bei dir, aber bei mir nicht. Ja, weil ich auch auf aufnehmen bin. Manche Vorteile muss man halt haben. Ja, ich mache bei dem Dschungelbaumteil. Ja, ich mache bei dem Dschungelbaumteil. Ja, ich mache bei dem Dschungelbaumteil. Ich dachte, man könnte auch von woanders drauf zugreifen, oder? Ja, das kann man. Eben. Dann kann ich wahrscheinlich auch öfter. Ja. Also du darfst immer reingehen, wenn du Bock hast. Okay. Also halt immer, wenn er online ist. Los geht in Richtung Dschungel. Ich bin auch gleich gerade da. Tatsam. Komm. Hey. Was? Ich habe dich in den Dschungel teleportiert. Hier doch hinlaufen gerne, okay? Ähm, wenn ihr wisst, wenn ihr meint, ich drücke... Ihr hört die Satz-Astur, aber ich gehe nicht aus dem Inventar raus. Dann liegt das daran, dass ich meine neue Tastatur habe. Und dass ich mich erst daran gewöhnen muss. Damit wir nur sagen, dass das Scheiße ist und nicht mit der Tastatur klarkommt. Stimmt du da wie recht? Es stimmt nicht und du hast auch nicht recht. Ja, habe ich. Ich bin immer recht. Nein, du hast nicht recht. Äh. Run to home. Home? It's night. Ich habe kein Bett. Ouch, 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 leg, ouch, leg, ouch, leg. Run! Run for your life! Run for your life! Run for your life! Wie geht das? Das ist mir egal. Ich habe zwei Woll, aber leider eins. Wow. Das ist doch egal. Ich habe fast kein Essen mehr, also fast kein. Ich war schon halb zu Hause, okay? Wo hast du mich zu dir teleportiert? Das ist das Gefühl, dass du schneller bist? Ich war schon bei meinem Grundstück. Ähhhhhhhhh. Ich brauche Fleisch. Warum? Weil ich sonst verhungre. Ein Schwein steht auf meinem Grundstück. Und das klingt es. h He schau ich bewerf dich mit einem Ei ist ein Huhn bei dir ist ein Babyhuhn bei dir Ich hab ein Steak, das wird wohl kaum reichen. Ich nehme ein leckeres Steak. Komm, gib eine Pilzsuppe. Danke. Ist er ein bisschen dumm oder isst er grad immer die Darm? Er isst sie. Dumm. Tötet das Schaf. Juhu, ich kann mir ein Bett bauen. Tschüss und das war's für diese Folge mit Minecraft. Juhu. Juhu. Juhu.